Herzlich willkommen zu Road to Billionaire. In diesem Video lüfte ich das Geheimnis, warum ich mir zu 100% sicher bin, dass ich Milliardär wäre und ich erkläre dir, wie ich das anstellen möchte. Mein Name ist Leon, ich bin 25 Jahre alt und in dieser Videoreihe dokumentiere ich meinen Weg zur Milliarden. Doch zuallererst, wieso möchte ich überhaupt Milliardär werden? Und das ist eine sehr gute Frage, denn wenn man sich nicht unbedingt einen Privatjet zulegen will oder eine Megamenschen mit 20 Schlafzimmern oder eine 100 Meter Luxusjacht, dann reichen eigentlich 30 bis 40 Millionen Euro aus, um sich alles zu kaufen, was man will. Ein Vermögen von über einer Milliarde Euro bringt vermutlich mehr Probleme mit sich, als es Vorteile bringt. Denn sobald man Milliardär ist, gerät man ins Radar von Regierungen, großen Organisationen und es ist extrem schwer, das Geld zu verwalten. Es heißt jetzt so schön, wer reich ist, hat nicht keine Probleme, sondern wer reich ist, hat andere Probleme. 40 Millionen sind sowas wie der Sweetspot. Man kann sich alles kaufen, was man will, man kann das Geld problemlos anlegen und die großen Player interessieren sich nicht für dich. Man kann also tun und lassen, was man will. Trotzdem möchte ich Milliardär werden und der Grund dafür ist nicht, wie die meisten denken, das Geld an sich. Ich brauche nämlich keine 100 Meter Luxusjacht oder einen Privatjet. Okay, zugegeben, so ein eigener Airbus A380 wäre schon echt cool, aber ist überhaupt kein Muss. Mir geht es in erster Linie darum, der Welt zu zeigen, dass man alles erreichen kann, was man will. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, dass so gut wie jeder, mit dem ich mich unterhalte, keine Ziele hat. Wenn ich frage, was sind deine Ziele, dann kommt sowas wie, Ja, also ich hätte gerne den Job, den ich will, dann vielleicht noch ein Haus und dann mal schauen. Und es ist eine Sache, die mich richtig ankotzt in der heutigen Gesellschaft. Keiner traut sich mehr, richtige Ziele zu haben. Hauptsache in der eigenen Komfortzone, denn wer es nicht versucht, der kann ja auch nicht scheitern. Falsch. Wer es nicht versucht, der hat schon verloren. Denn ein Verlierer ist nicht jemand, der scheitert. Ein Verlierer ist jemand, der aufgibt oder es gar nicht erst versucht. Eine der größten Lügen, die wir uns Tag für Tag einreden, ist, dass es nicht so einfach ist. Es ist aber so einfach. Es war noch nie so einfach wie jetzt, weil es keiner versucht. Jeder, der es heutzutage schon versucht, ist überdurchschnittlich. Es ist ganz einfach. Und genau darum will ich Milliardär werden. Ich will zeigen, dass man selbst ein so absurd hohes Ziel erreichen kann, wenn man nur alles dafür tut. Und vielleicht öffne ich dadurch ja dem einen oder anderen die Augen und ermutige ihn, höhere Ziele zu haben. Und der zweite wichtige Grund, warum ich Milliardär werden will, ist nicht das Ziel an sich, sondern der Weg dahin. Der Weg ist das Ziel. Den Satz hat wahrscheinlich schon jeder von euch gehört. Und es hat auch einen Grund, denn der Satz stimmt. Denn nicht das Ziel, sondern der Weg macht einem zu dem Menschen, der man ist. Und das ist vermutlich auch der Sinn des Lebens. Denn es geht nicht darum, was man hat, sondern darum, wer man wird. Ich kann jedem nur ans Herz legen, das Buch der Alchemist zu lesen. Denn genau um dieses Thema geht es in diesem Buch. Und das Buch ist nicht umsonst so beliebt in der Persönlichkeitsentwicklungsszene. Jetzt aber zu der Frage, wie werde ich Milliardär? Und ich bin ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich bin mir aber trotzdem zu 100% sicher, dass ich Milliardär wäre. Denn wie bereits erwähnt, es geht nicht darum, was man hat, sondern wer man ist. Und aktuell bin ich noch nicht die Person, die man sein muss, um Milliardär zu werden. Um das Wissen zu haben, mit dem man Milliardär wird, braucht man erst einiges an Erfahrung. Und die habe ich noch nicht. Ich habe aber genug Erfahrung, um zu wissen, wie man Multimillionär wird. Und deswegen wird es auch in den nächsten ein, zwei oder drei Jahren passieren. Dieses Wissen hatte ich aber beispielsweise noch nicht, als ich Student war. Denn da war ich noch ein anderer Mensch als jetzt. Ein Millionär, der komplett von Null starten müsste, wäre wahrscheinlich kurze Zeit später wieder Millionär. Denn er weiß, wie es geht. Das Wissen hat er sicher erarbeitet. Jemand, der beispielsweise 2.000 bis 3.000 Euro verdient, der weiß nicht, wie man 10.000 Euro im Monat verdient. Er wird aber mit Sicherheit einen Weg finden, um 5.000 Euro im Monat zu verdienen. Und wenn er 5.000 Euro im Monat verdient, wird er einen Weg finden, um 10.000 Euro im Monat zu verdienen. Und immer so weiter. Und deswegen stelle ich mir gar nicht die Frage, wie ich Milliardär werde. Denn ich weiß, dass ich es wissen werde, wenn ich so weit bin. Und streng genommen weiß ich schon, wie ich Milliardär werde. Ich muss einfach die nächsten 65 Jahre 16.000 Euro im Monat sparen, zu einem Zinssatz von ca. 10% im Jahr. Und schon bin ich Milliardär. Aber ich will natürlich mit 30 Milliardär werden und nicht erst mit 90. Aber abschließend möchte ich noch sagen, viele versuchen es gar nicht, weil sie nicht wissen, wie es geht. Aber die Einstellung macht keinen Sinn. Das wäre genau so, wenn ich sage, ich spiele keinen Schach, denn ich weiß nicht, wie es geht. Aber um das Spiel zu lernen, muss man es ja spielen. Und genau so ist es auch mit dem Reichwerden. Wer reich werden will, der muss erstmal versuchen, reich zu werden. Auch wenn er noch nicht weiß, wie es geht. Was zu 100% nicht passiert, ist, dass man eines Tages aufwacht und auf einmal weiß, wie man Schach spielen kann. Und genauso wenig wird man eines Tages aufwachen und die zündende Idee haben, wie man reich wird. Learning by doing ist hierbei die Devise. In diesem Sinne, stellt mir gerne eine Frage unten in den Kommentaren. Ich werde demnächst mal ein Video machen, in dem ich ein paar Kommentare beantworte. Und ansonsten schaut euch gerne die anderen Folgen von Road to Billionaire an. Die Playlist ist unten verlinkt. Macht's gut. Ciao.